Die Zeit läuft gegen uns. Wir sitzen auf einem riesigen Schiefergasvorkomm. Wenn die hier gewinnen, dann ist die ganze Gegend verratzt. Die Produktion von Schiefergas beanträchtigt die Trinkwasserversorgung in keiner Weise. Wir reden hier über die Zerstörung unseres Dorfes. Wenn die Krieg wollen, dann können sie ihn haben. Ich mache denen das Leben zur Hölle. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass du verhaftet wirst. Wir werden bohren, auf biegen und brechen. Radioaktiv? Ja. Meine scheiße. Zangen Sie nicht auch noch an. Sorry. Haben die Idioten, die fossile Brennstoffe verteufeln, irgendeinen Schimmer, von was sie reden? Nope. Wenn wir auf sie hören, geht eines Tages das Licht aus. Geht eines Tages das Licht aus, das ist... Jesus, piss Maria und steiglose. Das reicht. Take ein. Baby, es ist das Licht aus. let sind kính, Kinder. Oh, Mann. Vielen Dank.